Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinar-Reihe hier mit ForexScreener bzw. Manuel Lücke mit dem Thema heute Fibonacci Retracement erfolgreich handeln. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zusammen die Veranstaltung haben manuell und ich freue mich natürlich auch, dass sie heute live dabei sind oder sich die Aufzeichnung gerade anschauen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer gilt, dass dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken gilt. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, dann lieber Manuel, du kriegst jetzt den Bildschirm. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas ist. Viel Erfolg und viel Spaß. Super, vielen Dank. So, Bildschirm ist geteilt. Präsentation ist gestartet. Vielleicht noch mal kurzes Feedback, ob man es sieht. Perfekt. Ja, super. Dann auch von mir nochmal. Schönen guten Abend. Freut mich, dass Sie so zahlreich zu unseren Webinar erschienen sind. Heute auch ein wichtiges Thema im Trading, Fibonacci Retracements. Das Tool wird von vielen erfolgreichen Tradern verwendet. Und es ist aber kein Tool, was man alleine zum Trading verwenden kann, sondern eher so eine Unterstützung oder auch eine Art Indikation. Und was es damit auf sich hat, wie man es benutzen kann im Metatrader von Hand oder auch wie man es mit Hilfe von Automatisierung in Kombination mit dem Forex Screener benutzen kann. Das werden wir uns heute zusammen anschauen. Bevor es losgeht, noch eine kleine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin 32 Jahre alt und schon seit über zehn Jahren an der Börse unterwegs. Ursprünglich war mein Steckenpferd eigentlich nur die Informatik. Also ich habe entwickeln gelernt, wie man programmiert in einer Vermögensverwaltung. Da war es auch gar nicht geplant, dass ich mit der Börse quasi dort so eingebunden werde. Das war dann mehr oder weniger so ein Zufall gewesen. Und ja, ich wurde da ganz gut aufgenommen in der Welt der Handelssysteme. Und in der Vermögensverwaltung gab es quasi nur vollautomatische Handelssysteme, die das Trading übernommen haben. Und die wurden nur von Tradern überwacht. Und die Trader haben natürlich dann mal eingegriffen, wenn es irgendwie zu Fehlern kam oder wenn händig eben mal was gemacht, wenn man mal nachadjustieren musste, sage ich mal. Und ja, dementsprechend schon viel Erfahrung mitgenommen. Ich bin dann später nach der Station auch weitergezogen und habe ein eigenes Geschäft aufgebaut. Alles immer im Bereich Trading. Heute sind quasi zwei große Projekte übergeblieben, mit denen ich mich fulltime befasse. Das eine ist der Forex Screener. Das ist ein Screening Tool, womit man spezielle Marktsituationen finden kann, also einfach Kriterien eingeben kann, sagen kann, wonach man sucht am Markt. Und das spuckt einem dann alle Ergebnisse aus in Echtzeit. Das werden wir uns heute noch weiter angucken. Und das zweite große Projekt ist Top Trading Software. Dort geht es um die Entwicklung von individueller Trading Software. Also wenn man eben ein Handelssystem haben möchte oder eben ein Indikator oder auch Software, die einen beim Trading unterstützen soll, beispielsweise Copy Trading Software oder auch Monitoring Trading Software, dann können Sie sich gerne an uns wenden. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal ins Thema. Hier vielleicht noch mal einen kurzen Überblick, was heute alles auf Sie zukommt. Und wir fangen direkt an mit dem ersten Punkt. Fibonacci Retracements, wofür braucht man das Ganze denn überhaupt? Einige haben es sicherlich schon mal gehört oder schon mal auch gesehen. Aber die Frage ist immer, ja, wenn ich weiß, wie ich das nutze, wie kann ich es dann nutzen? Wie kann ich davon irgendwie profitieren? Und als Hintergrundwissen ist immer wichtig, dass man den Markt erstmal so versteht, also wie er funktioniert, wie die Dynamik ist. Und hier ist so ein typisches Ablaufbild von dem Markt, wie er sich eben verhält. Und zwar kommt er hier von an der linken Seite von einem Abwärtstrend und läuft in so eine Seitwärtsphase, um dann später wieder aus dieser Seitwärtsrange auszubrechen. Das erste Mal kurz nach unten, kleiner Ausbruch und danach eben der Ausbruch nach oben und der Übergang in einen neuen Trend. Einen Trend haben wir immer dann, wenn wir höhere Hochs haben und wenn wir auch höhere Tiefs haben. Und so kann man das Ganze eben erkennen. Und jetzt ist es halt so, die Marktphasen, die wechseln sich immer ab. Seitwärtsphasen und Trendphasen. Der Trend läuft immer so lange, bis irgendwann die Power raus ist, bis er ins Stauchen kommt. Und dann geht er eben in die nächste Marktphase über und überlegt sich dann, in welche Richtung er weiterlaufen soll. Und in den verschiedenen Marktphasen kann man natürlich auch auf verschiedene Arten profitieren. Also in so einer Seitwärtsphase hat man natürlich einen anderen Trading-Stil bzw. Einstiegsträger als in so einer Trendphase. Und bei den Fibonacci-Retracements sind für uns die Trendphasen interessant. Weil hier kann man sich immer fragen, wie kann man denn in den Trend bestmöglich einsteigen. Also man wird es meistens nicht schaffen, ohne Glück, dass man gleich von dem ersten Moment mit dabei ist in dem Trend. Und das ist eigentlich immer nur eine Wunschfeststellung, dass man bei der ersten Kerze den Einstieg macht und bei der letzten Kerze den Ausstieg macht. Das wird man nicht schaffen. Das ist Glück, wenn man das mal schafft. Aber man muss das ja auch nicht so machen, sondern es würde ja auch reichen, wenn man beispielsweise einfach frühstmöglich, wo es dann klar ist, dass es ein Trend ist, in den Markt einsteigt. Und das wäre zum Beispiel, wenn die letzte Marktphase gebrochen wird, also die Seitwärtsrange und der Ausbruch kommt. Oder eben, man sieht ja, es gibt hier immer diese Korrekturen in einem Trend. Und das sind natürlich auch sehr attraktive Einstiegspunkte. Wenn man sagt, okay, ich warte, bis der Ausbruch gekommen ist und bis die Korrektur gekommen ist und dann mache ich hier einen Einstieg. Weil dann bin ich ja, dann habe ich auch gar nicht so viel verpasst von dem Trend. Und kann trotzdem eine Menge Profit mitnehmen. So, und jetzt ist eben die Frage, wie kann ich denn bei solchen Korrekturen erkennen, wie weit sie eben läuft. Und dafür sind die Fibonacci Retracement Level da. Weil sobald der Trend gelaufen ist, könnte man ja überlegen, hier einzusteigen. Man könnte auch überlegen, ein bisschen weiter unten einzusteigen. Und die Frage ist eben, wo ist unten, wo ist oben in dieser Korrektur. Und ich würde sagen, wir gucken uns das vielleicht bei MetaTrader an, wie man dann eine Indikation mithilfe der Fibonacci Retracements für die Endphasen dieser Korrekturen hat. Und ja, wir sind hier im MetaTrader 5 von FX Flat. Und oben in dieser Tool-Liste, sage ich mal, gibt es verschiedene Objekte, die Sie nutzen können und Einzeichnungen machen können in den Chart. Und da haben Sie unter anderem dieses Objekt, das nennt sich Fibonacci Rücksetzungsebenen. Das kann man einmal anklicken, dann ist es aktiv. Und da muss man es eben nur noch mit der Maus in den Chart ziehen. Und jetzt ist eben die Frage, wie man das Ganze anwendet. Das macht man so, man sucht sich eben einen Trend, also der Trend, in dem sich der Markt gerade befindet. Hier haben wir zum Beispiel diesen Aufwärtstrend im GBP-USD. Und man sucht sich den Trend Anfang, der ist hier unten, und zieht eben das Band bis zum Hoch des Trendes. Also vom lokalen Tief bis zum lokalen Hoch. Jetzt können wir mal reinzoomen, damit wir das Ganze vielleicht mal ein bisschen besser sehen. Und jetzt haben wir eben diese Linien, die werden dann automatisch eingezeichnet, wenn man das einmal komplett rüberzieht. Weil es wird dann im Hintergrund automatisch berechnet. Und ja, diese Unterstützungslinien sind jetzt unsere Indikation für den Punkt, wo die Korrektur enden wird. Jetzt ist es eben immer nicht eindeutig, dass die Korrektur beispielsweise an der Linie endet, wo der Markt sich gerade befindet. Also man kann jetzt hier auch sehen, hier haben wir die 23,6er Linie oder das 23,6er Level. Und der Markt ist einmal von oben angekommen, hat korrigiert, hat aber nicht gestoppt, sondern ist weitergelaufen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, naja, wo hält er denn dann? Also ich habe jetzt gar keine Garantie dafür, dass er vielleicht an diesem Level halten wird, sondern er kann ja auch noch weiterlaufen. Und vielleicht sogar auf dem 50er Level halten. Jetzt gerade sind wir in der Nähe von dem 38er Level. Die Levels, die werden wir gleich auch noch diskutieren, wie die zustande kommen. Aber jetzt erstmal kurz noch die praktische Anwendung. Also wir haben jetzt so unsere Indikationen eingezeichnet und sind jetzt gerade dabei zu schauen, an welchem Level wir jetzt eventuell reingehen könnten, um davon zu profitieren, wenn der Markt weiter steigen würde. Und der Trick an der Sache ist, man darf sich eben nicht zu 100% oder beziehungsweise absolut auf die Fibonacci Retracement Levels verlassen, sondern man muss auch noch anderweitig schauen, was es noch für Indikationen am Markt gibt, die unsere Entscheidung unterstützen. Man kann jetzt beispielsweise einmal gucken, indem man rauszoomt und schauen, ob es dann zum Beispiel auf diesem Level, wo wir uns jetzt gerade befinden, dieses 38er Level, ob das eine Signifikanz hat im Sinne von, ob dort ein Widerstand lauert, der schon öfter mal angelaufen worden ist von mehreren Seiten. Und das kann man jetzt hier schon so sehen. Ich kann es auch mal kurz einzeichnen. Für die, die es nicht sehen, das Level. So, jetzt sieht man hier den Balken. Und hier sieht man des Öfteren, dass der Markt immer mal wieder probiert hat, an diesem Level vorbeizukommen und ist dann gescheitert. Also manchmal gescheitert, manchmal ist auch einfach durchgestoßen. Es ist ja nie so eine 100%ige Garantie. Aber es ist eine gute Unterstützung in unserer Entscheidung. Und dementsprechend ist das hier gerade schon ein gutes Setup. Was macht dieses Setup auch noch gut? Und zwar haben wir einfach ein gutes Potenzial für unseren Stop-Loss, den wir setzen können. Den kann man einfach unter dem lokalen Tief setzen, was gerade eventuell ausgebaut wird. Und wenn man sich mal die letzten Kerzen anguckt, dann sieht man auch dieser Widerstand, an dem wir uns gerade befinden. Man hat hier diese Price Rejection, das Tief, was sich hier ausgebildet hat. Die Verkäufer haben versucht durchzudrücken. Die Käufer haben es nicht zugelassen. Und es ist eben ein Zeichen von Schwäche, sodass man hier einen Einstieg planen könnte in Richtung Long. Wenn man das ganze Setup etwas risikoärmer gestalten möchte, das kurzer Einwurf auf M15, ich habe gerade mal umgeschaltet, hier sieht man auch ein gutes Anzeichen für Richtung Long. Also wenn die Kerzen so aussehen, dann ist es immer ein sehr gutes Anzeichen, um eine Long-Position einzugehen, wenn man sich dann noch in so einer übergeordneten Situation befindet. Genau. Und was ich gerade noch sagen wollte, ist, wenn man eben das Setup noch risikoärmer gestalten möchte, dann kann man hier auch einfach warten, dass der Markt eventuell noch ein Stückchen weiter runter geht und man platziert eine Buy-Limit-Order entsprechend ein bisschen weiter unten, als da, wo sich der Kurs gerade befindet, um dann einfach die Order abholen zu lassen, ausführen zu lassen und so kann man noch ein paar Pips mehr mitnehmen. Den Stop-Loss würde ich entsprechend unter dem Tief platzieren und ja, so hat man eben ein relativ armes Risiko. Okay, das erstmal kurz als Einstieg. Also nochmal zusammengefasst, Fibonacci Retracements sind ein Tool im Meta-Trader. Wir können das Ganze in den Chart hineinziehen, vom Tief an bis zum Hoch und uns werden automatisch diese Levels eingezeichnet. Davon gibt es mehrere, die gucken wir uns jetzt gleich nochmal an und ja, schauen mal, was die für eine Bedeutung haben und wo die überhaupt herkommen. Ich mache mal eine Theoriefolie, wie man quasi auf diese Zahlen kommt, die magischen Zahlen. Also manche denken ja, dass da irgendeine Magic im Hintergrund abläuft. Ja, läuft eigentlich nicht. Also es ist ganz einfach herzuleiten, wie man auf diese Zahlen kommt. Und zwar gab es früher in Italien einen Mathematikprofessor, der die Fibonacci-Zahlenfolge erfunden hat. Und die ist relativ einfach. Und zwar, die startet mit zwei Zahlen, mit einer 0 und einer 1. Und man kommt immer auf die nächste Zahl, indem man die beiden vorherigen miteinander addiert. Also 0 und 1. Wenn ich das addiere, bekomme ich eine 1. Und wenn ich jetzt die nächste Zahl haben will, dann nehme ich wieder die letzten beiden Zahlen und addiere die zusammen. Und das ergibt im Endeffekt eine unendlich lange Zahlenfolge. Und jetzt ist das quasi unsere Grundlage für die Fibonacci-Betracements. Was jetzt im nächsten Schritt einfach gemacht wurde, ist, man hat gedacht, naja, zwischen den Zahlen, vielleicht gibt es da irgendwie einen Zusammenhang. Und hat die Zahlen einfach genommen und miteinander geteilt. Also die vordere Zahl quasi durch die hintere Zahl geteilt. Und entsprechend kommt dann dort der Teiler raus. Ich kann es dir mal kurz zeigen. Die Taschenrechner einfach mal aufmachen. Und jetzt sehen wir uns mal die 8 und teilen es durch die 13. Und dann kommt die 0,6153 raus. Und die Zahlen, die werden quasi, umso weiter man in der Folge geht, umso präziser werden die. Also es wird später in der Folge eben so sein, dass die 0,618 herauskommt, was quasi eines unserer Fibonacci-Betracements-Level ist. Das ist quasi das 61,8er-Level. Also es stellt einfach diese prozentuale Zahl da, 61,8 Prozent von der ganzen Bewegung. Und so errechnet sich einfach die Zahl. Das ist einfach das Verhältnis zwischen den beiden Zahlen. Das nächste Fibonacci-Level wird quasi genauso ausgerechnet. Jetzt sieht man jedoch nicht zwei direkte Zahlen, die miteinander zueinander stehen, sondern man lässt eine aus und rechnet jetzt beispielsweise die 8 durch die 21. und wenn man das jetzt quasi macht, also die Zahlen einfach miteinander dividiert, dann kommt man auf die prozentualen Zahlen 61,8, 38,2, 23,8 und natürlich das 78,6er-Level, das habe ich hier nur vergessen, auch zu zählen, das sind unsere Fibonacci-Levels. Also die wurden quasi so bestimmt, so wurden die hergeleitet und ja, da hat sich jemand gedacht, wie funktionieren die Zahlen beim Trading, hat das Ganze einfach mal so untersucht, in die Trends eingezeichnet, dort die Levels eingezeichnet und dann festgestellt, an diesen Punkten endet oftmals die Korrektur beziehungsweise sind es gute Einstiegspunkte oder der Markt kommt dort öfter ins Strauchen. Also es scheint wohl irgendwie einen Zufall zu sein oder es scheint dort einen Zusammenhang zu geben. So und dementsprechend wurden die Zahlen in ein Tool umgewandelt, in die Fibonacci-Betracements, die standardmäßig auch im Metatrader vorhanden sind und ja, das Ganze sieht dann eben so aus, haben wir uns ja gerade schon im Metatrader angesehen, gehen vielleicht noch mal ein bisschen sauberer, wenn quasi der Trend kommt und wir diese Trendbewegung darüber diese Fibonacci-Betracement-Linien ziehen, dann haben wir hier die Levels des 38,2er Level, des 61,8er Level und das 50er Level, das wird auch immer mit eingezeichnet, das ist eigentlich gar keine Fibonacci-Betracement-Linie oder kein Level, aber hier wurde eben zusätzlich erkannt, dass der Kurs auch hier oft korrigiert, beziehungsweise die Korrektur dort endet und so wurde dieses Level auch mit aufgenommen in die Fibonacci-Betracements. Von daher unsere wichtigsten Level sind genau diese und die werden wir halt fürs Trading dann beachten. Okay. Wichtiger Punkt ist natürlich noch, dass wir die Fibonacci-Betracements nur in Trendphasen benutzen, also wenn der Markt gerade nach unten geht oder nach oben geht und nicht in Seitwärtsphasen. Als Trend wird es immer dann definiert, wenn wir tiefere Hochs und tiefere Tiefs haben, das ist ein Abwärtstrend, oder umgekehrt, wenn wir höhere Hochs haben und höhere Tiefs haben, also entsprechend so das Ganze aussieht, dann haben wir den Aufwärtstrend. Und jetzt haben wir uns ja am Anfang schon mal so ein Setup angeguckt, was wir von Hand gefunden haben. Können auch gerne vielleicht auch mal rumgucken, ob wir hier ein anderes Beispiel finden, den Euro-US-Dollar habe ich jetzt mal genommen auf Stunde und okay, das sieht gerade auch nach einem guten Beispiel aus, jetzt vielleicht nicht der Einstiegspunkt, aber einfach die Trendbewegung erst mal. Könnte man jetzt noch mal gucken, wenn der Kurs jetzt so von unten angelaufen ist und wir sind jetzt hier an dem zweiten Hoch, dann ist halt die Frage, wir wissen, wir haben jetzt Höhe und Hochs, wir wollen einsteigen in den Trend, wo ist ein guter Einstiegspunkt und hier haben wir eben wieder die Frage, wie weit läuft die Korrektur bis zu eines von diesen Levels, die uns eingezeichnet werden, in dem Fall hat es wieder gestimmt, sind wir bei dem 38,2er Level. Jetzt ist es aber wie gesagt auch so, dass wir nicht einzig und allein auf die Fibonacci Betracement Levels gucken sollten, sondern das Ganze auch irgendwie kombinieren müssen und das braucht eventuell ein bisschen Erfahrung auch beziehungsweise muss man gewisse Patterns kennen und eines dieser Patterns, was man hier auch sieht, ist ich denke es Kerzendocht Range beziehungsweise einfach wenn hier so die Kerzendochte, diese Tiefs, wenn mehrere davon auftreten und der Markt es einfach nicht schafft, das quasi per Schlusskurs zu unterbieten. Das ist eben immer ein sehr gutes Anzeichen dafür, dass die Korrektur beendet wird beziehungsweise dass man in die Gegenrichtung einsteigen kann. Was auch noch ein sehr gutes Zeichen ist, sind Hammerkerzen beispielsweise jetzt einfach mal diese einzelne Kerze wenn man die jetzt genau an unserem Fibonacci an unserer Linie haben würde, wäre das auch ein gutes Signal, um in Long einzusteigen, in die Long Richtung einzusteigen und es gibt noch weitere Patterns, die man eben mit dem Fibonacci Bitfacement Leveln kombinieren kann. Und ich schlage vor, wir schauen uns das Ganze einfach mal an mit Hilfe vom Forex Screener wie man also erstmal was es dort noch gibt und wie man das Ganze eventuell kombinieren kann. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Forex Screener rein und suchen mal ob wir eventuell so ein Pattern am Markt finden in Kombination mit den Fibonacci Retracement Linien und ich zeige Ihnen mal wie man das Ganze screenen kann. Jetzt sind wir im Screener drin und für die, die das Ganze noch nicht kennen, es gibt hier einfach Filter, in dem man einstellen kann, wonach man sucht im Markt. Man könnte jetzt beispielsweise sagen, ich suche nach Assets, die vom RSI, also ein Indikator, der das Momentum aufzeigt und der hat Werte von 0 bis 100, die er annehmen kann. Alles über 80 ist sehr überkauft, also sehr explosiv nach oben und man könnte jetzt sagen, ich möchte mir nur Märkte anzeigen lassen, die einen höheren RSI-Wert als 80 haben und dementsprechend sieht man unten in den Ergebnissen schon alleine in der Vorschau Märkte, die dann immer so krass überkauft sind. Einfach gerade ordentlich abgehen. Man kann hier einmal reinklicken, dann öffnet sich der Chart, setze der Euro GBP als Spot und der RSI-Indikator wird auch gleich mit eingezeichnet. Der Wert der zuletzt abgeschlossenen Kerze ist jetzt entsprechend dann auch über 80 kann man hier nochmal gucken liegt bei 84,15 Das ist sozusagen das Prinzip wie der Forex Cleaner funktioniert. Ich gebe Kriterien rein und er gibt mir die Märkte die diese Kriterien erfüllen gibt er mir wieder raus als Antwort sozusagen und was wir uns gerade angesehen haben die Fibonacci Retracements die haben beispielsweise eine komplett eigene Sektion hier mit Filtern wonach man Kriterien eingeben kann. Ich sage mal der beste Filter aus meiner Sicht ist eben Distanz zu Fibonacci in Klammern gesamter Trend. Hier haben wir gleich mehrere Filter und zwar einfach für jedes Fibonacci Retracement Level genau ein Filter sodass man sagen kann ich möchte mir gerne alle Assets die es gibt anzeigen lassen die dicht am 50er Fibonacci Retracement sich befinden und dann kann man hier unten in den Ergebnissen gucken nach Charts die ein gutes Vorschaubild haben also wo einfach der Trend gesund aussieht sage ich mal dann klickt man dort rein und das Add-on im Hintergrund wird für uns den Chart öffnen und auch die Fibonacci Retracements einzeichnen jetzt haben wir den M5 geöffnet und wir sehen unser Trend der beginnt eben hier weil ab diesem Zeitpunkt haben wir immer tiefere Hochs und auch tiefere Tiefs das Hoch davor das wurde überboten so hätte auch ein Aufwärtstrend entstehen können aber der Markt hat sich eben umentschieden sodass der Abwärtstrend von hier so gesehen eigentlich fortgesetzt wird aber eben neu fortgesetzt oder neu erkannt wird und jetzt wurde auch automatisch das Fibonacci Retracement über diese ganze Bewegung gelegt genauso wie ich es manuell vorhin gezeigt habe und dementsprechend sind unsere Linien eingezeichnet worden wir haben gerade eingegeben dass wir sagen wir wollen ein Asset haben was dicht an dem 50er Level ist und so findet es der Screener für uns auch der Kurs ist entsprechend genau an dem 50er Level was jetzt hier zum Beispiel auch als Pro Argument für den Trade sprechen würde wäre dass wir uns genau an so einer Unterseite befinden hier ist gerade so ein Widerstand wir sind auf M5 also wäre ein kurzfristiger Trade den man hier eingehen könnte hier sieht man aber gerade also wenn man jetzt den Kurs beobachtet sieht man der hat gerade noch gar nicht so Anzeichen dass er jetzt abfallen würde also ich würde mir das Ganze mal dann zum Beispiel auf einen kleinen Zeitintervall noch mal angucken man könnte hier eine Stop Sellorder runterpacken wenn er jetzt durchrauscht das Ganze entsprechend mitnimmt einfach für den kurzfristigen Trade und wenn man aber das Ganze eventuell längerfristig plant also längerfristig drinbleiben möchte dann kann man auch übergeordnet erstmal nochmal gucken ob es da dann auch eine klare Richtung gibt und ob das quasi sich überdeckt mit unserer kurzfristigen Planung beziehungsweise das was wir kurzfristig gesehen haben also das sieht eigentlich ganz nach einem guten Short aus weil hier ist jetzt auch wieder dieser Widerstand wahrscheinlich wird der Kurs nochmal dort heranlaufen unser 50er Level ist genau an der Unterseite des Widerstandes also das sieht nach einer guten Short Trade Möglichkeit aus ok jetzt haben wir gesagt wir wollen uns aber auch nicht nur auf die Fibonacci Retracements verlassen sondern wir wollen zusätzlich noch weitere Kriterien haben bei uns haben wir gerade die weiteren Kriterien in diesem Setup ich sag mal manuell abgeprüft und zwar was jetzt hier die Widerstände sind sozusagen und dass unser Kurs sich daran befindet und was wir aber vorhaben ist wir wollen so viel es geht auslagern an den Forex Screener sodass er die weiteren Kriterien im besten Falle auch automatisch finden kann oder danach suchen kann und ich würde hier mal vorstellen welche Kriterien man dazu nehmen kann und zwar haben wir den Filter einmal rausgenommen und können beispielsweise bei den Filtern eingeben Hammer heißt quasi Hammer Candlestick Pattern und hier kann man sagen der letzte Hammer soll vor einer Kerze abgeschlossen worden sein jetzt würde man alle Charts eben finden die eine abgeschlossene Hammer haben können mal hier reingucken wie das Ganze aussieht nur mal als Beispiel damit man es versteht was ich meine bevor wir das dann auch kombinieren jetzt habe ich hier genau diesen Hammer eingezeichnet also dieses Candlestick Pattern danach kann der Fugish Scream auch suchen und jetzt ist für uns natürlich das Beste wäre wenn wir das beides jetzt kombinieren können den Hammer und die Fibonacci Retracement Linien und das können wir mal probieren ob wir das jetzt auch finden dazu lassen wir uns alle Filter wieder anzeigen oder suchen einfach nach Fibonacci in unserer Suche und dann ist es halt so dass wir ausprobieren müssen bis wir was finden wir haben gesagt wir haben jetzt den Hammer und jetzt sagen wir und der Kurs soll nicht nur den Hammer haben sondern auch dicht an dem 50er Level sich befinden und wenn der Markt jetzt aber keine Situation hat die diese beiden Kriterien zusammen erfüllt dann ist es immer so dass wir einfach keine Ergebnisse haben also dann gibt der Markt es gibt gerade diese Situation nicht wenn das so ist dann können wir einfach nach anderen Situationen gucken können können sagen dann soll sich der Markt eben an einem 38er Level befinden und dann können wir da mal prüfen ob wir da was finden ok auch nicht dann würden wir einfach weiter klicken und mal schauen also das so lange machen bis wir hier was finden ok gucken wir mal rein hier haben wir eine US-Aktie das Vorschaubild sieht jetzt nicht so bombastisch aus aber wir können ja trotzdem mal reingucken und das Ganze analysieren wir haben jetzt gesucht entsprechend nach einem Setup mit einem Hammer und der Kurs soll dicht am 23,6 Fibonacci Retracement sein jetzt haben wir ja jetzt haben wir so ein Setup quasi gefunden aber das Setup ist Müll sag ich mal weil der Hammer der ist gerade es ist ein bulliger Hammer und wir wollen ja quasi immer den Abprall handeln von diesem Level also er hat es schon irgendwie richtig kombiniert aber entgegengesetzt und das bringt uns jetzt nicht so viel weiter das heißt man müsste im Screener jetzt einfach weitersuchen so jetzt gibt es auch noch den Trick mit den Filter Setups dass wir jetzt nicht jedes Mal die ganzen Kombinationen uns durchklicken wollen und prüfen wollen wir haben 38er Level wir haben 50er Level und haben den Hammer sondern wir können das Ganze auch einfach speichern wir sagen wir speichern dieses Setup mit dem Hammer und dem 50er Level und legen uns es als Filter Setup an und benennen das Ganze dann eben so Hammer plus 50er Fibu und klicken wir auf speichern und dann haben wir immer die Möglichkeit dass wir eins von den Setups einfach anklicken ich habe jetzt mal ein anderes genommen man sieht es ist jetzt nichts mit Fibonacci ausgewählt und ich kann jetzt wieder unser gespeichertes Setup nehmen mit dem Hammer und dem 50er Fibonacci dann ist es aktiv und er sucht eben danach direkt und wir müssen jetzt nicht jedes Mal die Filter zusammen puzzeln noch ein Level drüber also noch besser ist quasi wenn wir uns die Signale aktivieren das können Sie sich optional mit dazu buchen im Forex Screiner dann klicken Sie einfach auf die Glocke und das Geile ist jedes Mal wenn jetzt der Hammer und das 50er Fibo Setup erscheint am Markt dann bekommt man eine E-Mail Benachrichtigung und verpasst dementsprechend die Trades so nicht mehr also das ist eine richtig geile Sache und wenn man jetzt so verschiedene Kombinationen hat dann macht es auf jeden Fall Sinn sich das abzuspeichern vor allem wenn es sehr seltene Setups sind die jetzt vielleicht einmal am Tag eintreten dann lässt man sich einfach benachrichtigen und muss nicht die ganze Zeit danach screenen oder eben auch die Charts durchschauen so okay also wir haben jetzt kein gutes Hammer Setup gefunden man könnte auch noch die Gegenseite testen sozusagen dass man sagt wir sind bei dem Hammer und wollen jetzt nicht den Hammer der bullig ist sondern wir wollen den Inverted Hammer nehmen der ein bärisches Signal uns geben würde dann müssten wir es einfach so kombinieren und die Fibus könnten wir jetzt auch wieder auswählen und einfach mal kurz einen Blick reinwerfen ob wir was finden aber es wie gesagt ein seltenes Setup sodass es hier einfach mehr Sinn macht wenn man sich einfach alarmieren lässt ich würde mal weitermachen ich habe hier auch noch Trading Setups mitgebracht die ich in der Folie eingezeichnet habe weil die Fibonacci Retracement Setups recht selten sind also wir können jetzt die ganze Zeit durchklicken im Forex Screener werden wahrscheinlich nur wenig finden weil der Markt so wenig hergibt und ich würde das Ganze einfach mal visualisieren immer auf den Folien danach können wir das mal kurz durchklicken schauen ob wir das finden analysieren und wenn wir es nicht finden dann machen wir einfach weiter in den Setups ok also hier hätten wir noch ein Setup was wir gerade sehen und es ist einfach wieder einen aufwärtstrend zu erkennen und was wir jetzt zusätzlich haben als zweite indikation sind diese diese außenstäbe die hier angedeutet sind also falls sie nicht wissen was ein außenstab ist wir haben auf unserem youtube kanal haben wir dort auch ein video dazu ein ganzes webinar aber vielleicht noch mal die kurz zusammenfassung hier ein außenstab ist quasi wenn eine kerze mit dem schlusskurs den letzten außenstab unterbietet dann haben wir quasi einen neuen berischen außenstab so andersrum wäre es eben ein bulliger außenstab heißt quasi aus diesem kasten oder dieser kasten endet mit einer oder fängt mit einer kerze an die den letzten außenstab mit dem schlusskurs einfach unterbietet und dann ist das solange der außenstab bis eine kerze den aktuellsten außenstab wieder unterbietet sozusagen und wie man das ganze nutzen kann ist jetzt folgendermaßen und zwar haben wir diese außenstäbe die bärig sind die sind entsprechend die korrektur also der trend geht nach oben korrigiert wir haben eine reihe von außenstäben die bärig sind und jetzt wollen wir eben diesen zeitpunkt abpassen wo wir ein außenstabs richtungswechsel haben also unsere außenstab box die wird durch einen neuen außenstab gebrochen jedoch nicht eben indem sie unterboten wird weil ansonsten hätten wir wieder einen roten außenstab sondern wir wollen einen bulligen außenstab haben das heißt die kerze muss den nach oben brechen und das ganze eben natürlich in der nähe eines fibonacci retracement levels also jetzt wird es 50er level und das eben zusammen als übergeordnete bedeutung heißt dann eben unsere korrektur ist gebrochen die ist jetzt fertig weil wir haben einen neuen außenstab und die wahrscheinlichkeit steht sehr gut dass die neue außenstab reihe einfach ein neues hoch erreichen wird so wir können mal in den forex spinner hinein gehen und mal schauen ob wir sowas finden ich würde sagen wir gucken erst mal rein in die außenstäbe beziehungsweise eine sache noch genau hier haben wir wie man das setup zusammenstellt also wir wählen einmal aus an welchem level die fibonacci der kurs sich befinden soll an welchem fibonacci retracement level und so müssen wir den außenstabsfilter einstellen und das machen wir jetzt einmal zusammen okay hier mit den filter in dem wir sagen der letzte außenstab der soll in die entgegengesetzte richtung zeigen den können wir jetzt erst mal alleine anwenden ohne einfach dass wir die fibonacci retracement levels nutzen damit wir einfach mal eine idee davon bekommen wie das ganze aussieht schauen wir hier vielleicht mal rein in diesen chart und er betrachtet jetzt eben die die zuletzt abgeschlossene kerze also man sieht jetzt hier der außenstab haben wir eine ganze reihe davon und der letzte außenstab der bullig ist wird eben gebrochen durch einen bärigen außenstab und so eine situation wollen wir finden nur natürlich an einem fibonacci retracement level was wir jetzt in dem screener noch zusätzlich einstellen müssen dementsprechend gehen wir wieder in die fibonacci retracement filter sektion und schauen jetzt mal ob wir das in kombination an einem 50er fibonacci level finden und hier haben wir sogar ein paar ergebnisse das sieht gut aus legen wir hier mal rein us dollar ok es sieht nach einem ganz guten setup aus und sind die außenstab gerade weggegangen warum auch immer das ist ein bug ich glaube dieses setup hatten wir ja vorhin auch schon gesehen also das wäre jetzt noch mal eine zusätzlich bestätigung sozusagen dass wir uns quasi befinden immer noch nach wie vor an dem 50er level und wir hatten hier gerade eben noch einen neuen außenstab gehabt also diese außenstab serie die wurde hier gebrochen sozusagen und diese kerze ist der beginn eines einer neuen außenstabs reihe kann natürlich immer passieren dass der außenstab also der wäre jetzt rot dass er direkt wieder gebrochen wird von einem bulligen außenstab und der per schlusskurs einfach hier drüber enden wird kann passieren geht um wahrscheinlichkeit der wahrscheinlichkeit nach wird aber diese kerze innerhalb des außenstabes bleiben beziehungsweise diesen außenstab unterbieten das heißt quasi man könnte hier eine short position eingehen da die wahrscheinlichkeit sagt der kurs wird einfach weiter nach unten laufen und diesen kleinen trend den wir haben fortsetzen ok also dieses setup haben wir vorhin noch mal gesehen jetzt haben wir es mit einer anderen kombination gefunden das ist natürlich auch ein gutes zeichen die wahrscheinlichkeiten stehen auf unserer seite sage ich mal so dieses setup kennen wir schon deswegen gucken wir mal ob wir vielleicht doch ein anderes haben hier wohnen auch noch andere gefunden aber die sehen in der vorschau leider nicht so gut aus muss ich sagen hier können wir noch mal reingucken ne das ist ein bisschen zu eng das sieht nicht gut aus ich würde sagen gucken wir noch mal ob wir was an einem anderen fibonacci betracement da befinden an dem 38er level das hier sieht interessant aus aber ich habe in dem account gerade leider keine futures drin aber also das ist ein das ist ein future und ja vielleicht zeige ich das mal anhand von dem vorschau bild von dem thumbnail jetzt kann man natürlich nicht weiter auszuziehen machen wir es doch in der vorschau also der kurs der befindet sich jetzt gerade an dem 38er level und die bewegung die geht wahrscheinlich bei diesem hoch hier los das hoch das wurde unterboten also wir haben ein weiteres hoch welches aber ein stückchen darunter liegt und dementsprechend wenn man jetzt die fibonacci betracement zieht dann wäre man hier bei 38 prozent der korrektur und was hier wieder dafür sprechen würde ist ich hoffe man erkennt es dass diese tiefs hier unten genau an dem level liegen wo jetzt der kurs sich befindet also das wäre wieder ein typisches setup welches man so handeln könnte jetzt habe ich in dem account leider keine futures mit drin so dass wir uns das leider nicht angucken können ich würde sagen wir schauen uns noch mal an ob es hier ein weiteres setup gibt ansonsten gehen wir einfach zum nächsten trading setup ok das sieht auch nicht mehr so schön aus hier belassen wir es einfach bei dem setup und nehmen wir noch die außenstäbe wieder raus so dass wir uns jetzt genau hier haben wir auch noch mal ein anderes setup als vorher auch noch mal visuell gleiches prinzip fibonacci retracements angesetzt vom hoch bis zum tief wir haben hier einen abwärtstrend und entsprechend sieht man immer diese außenstäbe also hier haben wir diesen außenstab der quasi diese box markiert der wurde irgendwann unterboten durch diese kerze der macht einen neuen außenstab in die entgegengesetzte richtung und leitet damit entsprechend die trendbewegung ein jetzt wird das ganze korrigieren und die frage ist ja wo findet der bruch der korrektur statt erst mal am 38 level und zweitens zweitindikation ist einfach unser neuer außenstab das ist dieser hier der entsteht einfach indem er den letzten außenstab mit dem schlusskurs unterbietet und dadurch zeigt er es wird eine neue bewegung eingeleitet dementsprechend wurde dort short gegangen und der trade wurde aufgelöst als ein neuer außenstab in gegenrichtung entsteht also hier haben wir den letzten short außenstab und hier wird er per schlusskurs überboten so dass wir sagen ist der der exit von dem trade ich denke mal das sollte als erklärung reichen so dann kommen wir zum zweiten set up und in dem setup haben wir auch wieder eine interessante konstellation aus zwei kriterien das eine natürlich die fibonacci retracements die hier eingezeichnet sind und der kurs ist hier ein 38,2 level jetzt ist es eben so als zweites kriterium wollen wir einen weiteren widerstand haben und nutzen dafür die preismarke was hier durch die gelbe linie dargestellt wird preismarke bedeutet wir haben einfach eine runde marke also im beispielsweise im euro s dollar ist es die 1,1300 oder im dax die 10.000 oder 11.000 und es sind meistens signifikante marken wo der kurs auch abprallt wo er nicht einfach durchläuft und das wollen wir einfach kombinieren mit einem der fibonacci retracement level dazu können wir im forex cleaner wieder schauen und einfach nach preismarken suchen geben preis ein dann kommen wir schon die entsprechenden filter und hier haben wir den filter distanz zur nächsten preismarke dann können wir hier sagen die distanz soll entsprechend gering sein kleiner als 0,1 prozent vom aktuellen kurs quasi soll die preismarke in der nähe sein und dann findet er uns ja 99 ergebnisse die das ganze die uns das ganze quasi geben also wo das ganze erfüllt wird man kann es hier allein in der vorschau schon sehen der bitkurs der steht jetzt hier bei einfach sechs dollar bei dieser aktie so jetzt wollen wir das als kriterium nutzen um es mit dem weiteren kriterium der fibonacci retracement zu kombinieren gehen entsprechend also wieder hinein und schauen mal ob wir da was finden an dem 50er level dass wir uns da anbefinden und die preismarke dort auch ist hier haben wir jetzt nur ein beispiel gefunden das sieht auch wieder nicht so schön aus also es ist wahrscheinlich wenn man jetzt akkurat herangeht an die sache und nachmisst dann wird es erfüllt sein aber es ist halt nicht immer alles so wir können uns das trotzdem mal angucken wie das ganze aufgebaut ist okay wir haben jetzt den trend der startet eben in diesem punkt das ist der trend der erkannt wurde dann nutzt der phobics screener im hintergrund auch den zickzack indikator und technisch gesehen passt es soweit jetzt haben wir die preismarke das ist diese dunkelblaue linie hier die liegt genau bei 60 dollar und wenn man jetzt mal reinzoomt dann sieht man eben der kurs der ist jetzt hier auch rund um 60 dollar sozusagen also so laut diesen kriterien ist es setup erfüllt man könnte theoretisch so das würde ich jetzt hier in diesem setup nicht mal ich würde jetzt hier nicht long gehen theoretisch ist das setup erfüllt aber übergeordnet sieht dieses bild eben sehr kriselig aus so dass ich hier kein trade eingehen würde so wenn der ganze markt jetzt ein bisschen schöner aufgebaut wäre dass ich sag mal der trendverlauf eben so laufen würde dann könnte man sich so überlegen dass man an diesem widerstand herein geht und den stop loss entsprechend unter dieses level dann setzt also natürlich auch unter das letzt tief setzt das wäre das setup wir können natürlich noch mal schauen ob wir ein besseres beispiel finden prüfen das mal an der 38er level da ist nix 61er level ein beispiel gefunden mal gucken hier sieht man auch in der karte immer wie weit die distanzen sind zu dem was man gesucht hat also das 61 8er level das ist ja ein bisschen entfernt der ist jetzt der wird jetzt nicht direkt darauf liegen und berühren was er hier jetzt erkannt hat er hat den trend der fibos nicht eingezeichnet das hole ich mal manuell nach so wir haben jetzt wieder diesen trendverlauf der durch den zigzag indikator bestimmt wurde unsere dunkelblaue linie ist wieder die preismarke und man sieht der preis oder der kurs der kommt hier langsam in stauchen also die preismarke ist meistens auch ein gutes indiz für einen widerstand sieht man auch hier dass der poster nicht einfach durchläuft und entsprechend auch hier könnte man wieder versuchen mit dem stop loss relativ eng unterpacken unter das letzte tief und dann entsprechend in richtung long handeln übergeordnet sieht dieses bild aber auch nicht gut aus es ist kein klarer kursverlauf muss man mal dazu sagen mir würde es halt nicht reichen wenn man auf der suche nach high quality setups ist dann ist es vielleicht kein gutes hier was man hier sieht man kann aber links im bild noch mal sehen dass der preismarke auch schon öfter mal getestet wurde also es besteht schon eine gute wahrscheinlichkeit dass der kurs auch hier wieder abprallen wird und man gar nicht so schief liegt wenn man hier long einsteigt und wahrscheinlich läuft der kurs dann einfach bis zu dieser area wo man dann den trade langsam auflösen kann ja hier nochmal ein beispiel wie das ganze eben in der praxis aussehen kann da wurde die fibonacci die levels wurden entsprechend so angelegt und hier hat man die preismarke dann wurde bei dem 61er level wurde hier der long einstieg gemacht und entsprechend einfach bis zur nächsten runden preismarke gehalten das war dann so der nächste widerstand sieht man auch der wurde von oben vorher schon mal angetestet und bevor der kurs dann nicht durchkommt löst man den trader natürlich auf und nimmt ordentlich pips mit ok dann werfe ich mal kurz den blick in die fragen und sehe der jörg hat hier einen gestellt und er fragt wie er den metatrader 5 mit dem forex screener verbinden kann das ist in der regel ganz einfach man geht einfach auf unsere webseite forex-screener.de und in unserem menü haben wir das fs addon als punkt eingetragen wenn man darauf geht dann kann man hier einfach für mt5 jetzt download das ganze herunterladen und wenn das ganze dann installiert wurde das ist quasi eine datei die man installieren kann also eine exe und da muss man in den extras ich kann es mal kurz zeigen geht man hier oben in den punkt extras optionen experten und da muss man hier noch eintragen ja diesen wert acps api.forex-screener.de es steht hier auch beschrieben es gibt hier auch noch ein installationsvideo einfach mal aufklicken und dann kommt man eben dazu zu dieser step by step anleitung falls es noch weitere fragen gibt gerne rein posten ich würde jetzt die fragen mal beantworten hier gibt es noch eine zweite frage welches setup kann man am einfachsten algorithmisieren und backtesten ja also ich glaube das mit das einfachste ist wahrscheinlich irgendwie ein sma cross ist jetzt natürlich immer die frage wie profitabel soll das ganze sein vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen genau ansonsten sma cross ist eigentlich immer so der algorithmus mit dem man anfängt wenn man zu programmieren anfängt also wenn man sein erstes handelssystem irgendwie entwickeln will und das ist relativ easy ach so basierend auf den fibo linien hatte jetzt gerade noch die frage ergänzt also ein setup welches man ja dann wahrscheinlich in ein handelssystem packen will und algorithmisieren will ich denke dass ich muss mal kurz den chart nochmal angucken die fibos also es ist generell nicht einfach mit den fibonacci zahlen das zu automatisieren muss ich mal sagen aber ich glaube wenn man den teil geschafft hat der einfachste part wird sein dass man sich die hammer formation nimmt und quasi danach schaut dass man hammer kerze hat die sich an einem der fibonacci levels befindet das sollte das sollte am einfachsten sein okay gibt es erstmal keine weiteren fragen und ich würde mal gucken genau das hatten wir ja das thema gerade hat sich ja gerade gezeigt die fibonacci retracements und die preismarken in kombination hier nochmal wie man die filtert quasi einstellt kann man sich hier nochmal angucken genau ja ansonsten sind wir mit den themen immer dynamisch versuchen einfach dass wir aktuelle trading themen beziehungsweise themen die einfach beliebt sind im trading sowas wie fibonacci trends dass wir das ganze in webinare verpacken und natürlich auch sachen die wir im forex cleaner haben also einfach vorstellen wie man den forex cleaner mit solchen beliebten themen nutzen kann und wenn es da vorschläge gibt oder sachen gibt wo sie noch nicht wissen wie man das anwenden kann wie man im forex cleaner eventuell damit kombinieren kann oder setups finden kann da können sie uns gerne mal anschreiben und benachrichtigen so dass wir das ganze aufnehmen können einerseits als filter im forex cleaner oder andererseits eben auch als ähm webinar content so bei uns denn für das nächste webinar und dann können wir das ganze entsprechend vorstellen und auch die fragen beantworten ja wichtiger punkt natürlich den forex cleaner den gibt es kostenlos für alle kunden die ein handelskonto bei fx flat haben also wenn sie schon ein konto haben oder vorhaben sich eins zu eröffnen und dann im anschluss gleich noch den forex cleaner kostenlos beantragen wollen dann können sie ganz einfach auf unsere webseite gehen forex-screener.de klicken dann auf zugang erstellen und dann können sie hier sich einmal durchklicken sagen ich bin bei fx flat und dann einfach das formular ausfüllen name e mail und die kontonummer angeben und dann wird das ganze von den fx flat mitarbeitern bearbeitet und den zugang erhalten sie dann per e mail ja dann sind wir auch schon am schluss angekommen ähm ich bedanke mich auf jeden fall für ihre zeit und hoffe dass ich ihnen einen mehrwert mitgeben konnte dass sie mit dem forex cleaner mal wieder ein bisschen was dazugelernt haben und falls es noch fragen gibt können sie sich natürlich jederzeit an uns wenden unsere e mail adresse lautet mail at forex-wiener.de und in dem sinne würde ich mich verabschieden wünsche noch einen schönen abend und sage bis zum nächsten mal ja vielen dank manuel für das webinar heute nächster termin steht dir auch schon an 11 april auch gar nicht mehr so lange hin und ansonsten schließe ich mich deinen worten an vielen dank an alle die dabei waren wünsche natürlich ebenfalls noch einen schönen abend und eine noch erfolgreiche restwoche nicht vergessen morgen zentralbank zinsentscheid in usa könnte entsprechend volatil werden ansonsten passen sie auf viele positionen auf bleiben sie gesund und gerne bis zum nächsten mal tschüss zusammen bis zum nächsten mal